Ich stelle mich doch aufs Auto. Schießt aus dem Auto. Nee, bei mir nicht. Warte. Jetzt. Warte. Lass es. Das war witzig. Chai. Äh, Jai. Chai, danke für dein Follow. Chai. Oh shit, ist das einer von Pöppel? Ja, ja. Fuck, nein. Okay, ich verpiss mich nicht. Vielleicht kommen alle wieder. Tschüss. Ist ja schlimmer, du machst es immer schlimmer. Nein, nein, nein. Bei mir blasen sie immer. Ja, Bruder, ich sag den, ich sag den Frauen im echten Leben, ich fahre auf GVMP, Luma, dann, Alter, dann blasen zwei Frauen gleichzeitig. Ist halt schon gefährlich. Deswegen zeig ich halt auch GVMP. Ja, ist mein Handy kaputt? Die meinten halt, die haben nicht die ganze Zeit auf dem Handy versucht zu erreichen. Mein Handy ist, glaube ich, im Arsch oder so. Nein. Weil wir im Telefon noch sind. Weil wir noch am Handy sind. Wie? Meine Fresse, Sergio, leg doch auf, ey. Was gut sind die... Ich hatte Kopfschwürzen. Ihr sagt doch, dass er nicht auflegen muss. Ey, mein Gott. Das ist ja total unangenehm, Sergio. Die Dame, es tut mir unfassbar leid. Ich war tatsächlich die ganze Zeit mit einem Kollegen noch im Gespräch. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich noch im Gespräch war. Okay, ja, ich habe Ihnen da noch eine SMS geschrieben gehabt. Und da hoffen wir, dass Sie darauf reagieren. Ach, das haben Sie auch noch. Wie? Ja, das ist jetzt nicht meine Schuld, Jake. Wenn du darauf nicht reagierst. Ach, du heilige Scheiße. Ja, sehe ich jetzt, sehe ich jetzt. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Und ich habe das echt einfach übersehen, ja. Ich bin auch gerade zu Ihren Chef gerannt. Habe da Palava gemacht. Das war natürlich jetzt ein bisschen... Ja, was machen wir mit meinem Auto? Ähm, ja, es sieht ein bisschen... Aber ich glaube, das ist halt... Das ist das Central Los Santos. Central what? Nee, das ist übel Scheiße. Ich meine, okay, es geht, aber... Oh mein Gott. Warum? Vielleicht, sonst bringe ich ein Auto mit rüber, was wir da absteigen können, um die Kisten nicht zu vernichten. Auto? Nein, ganz so, ob wir das jetzt auch nicht machen. Wir ziehen uns zurück. Wir machen hier keinen... Wir schenken eben das. Also auch ein bisschen zu einfach. Ah, naja, für den Stress, ne? Ja, ich regle das, kein Problem. Für den Stress? Der denkt schon an... Kaffee... An Support-Gespräche, also Team-Seek-Gespräche. Genau, Wunder. Hier, hier, Wunder. In den Fahrzeugen, in der Beschreibung. Oh, das sind mehrere. Das waren Trafters, so wie ein Jugeler von denen. Das sind doch hier die grünen Personen, unten beim K1, so, ne? Lass die wegfahren. Das sind noch viel mehr, lass die haben wir wegfahren. Ja, wo? Es sind schon wieder keine Einheiten hier. Ja, Toni fahr doch nicht. Ey, Jungs, das kann doch nicht sein, wenn hier sowas ist, dass ihr nicht anfahrt, Alter. Mein Gott. Ja, probiert durchzuziehen, Rossi. Ja, Digga. Geben Sie den Standort durch, wir sind jetzt direkt da. Wir sind halt von der Skate losgefahren. Standort. Hey, Digga, du dummer Nuck. K1 ist der letzte Standort, untere Seite. Zwei Personen, unser Auto brennt. Wir sind zu Fuß unterwegs. Ja, Digga, ich kann mir mit dem KKK nix machen. Ja, Rossi, kommst du weg? Ja, Rinkok heißt die. Rinko, Rinkok. Rinko, 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 Rinko. Rinko, 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 Rinko. Ah, Scheiße, Mann. Was hast du gemacht, jo? Ja, ich hab den Vollspekt gesehen, Mann. Über Geld überweisen, für Wester oder so, da bist du mal ganz leise. Ja, mach ich. Bitte? Ah, perfekt. also ich fand das war gut oder verdient ja doch ich vertraue dir schon mal aber es ist doch für geradet entschuldigung ich will mal schauen ob du wirklich was drin hast weißt du wann kommt der da du der kommt dann wenn ich reingeschossen du willst rein schauen in den bänden ok scheiße man ja okay ich mach auf moment tut mir leid aber guckt ihr guckt ihr an ich habe alles für dich drin man hier ist doch offen wie krank ist das wir müssen vorne vor weiter 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 und oben auf dem berg hinter uns kommt ganze wasser das ist auch nicht richtig um schön 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 auf dem berg aber ein weg aber wenn er weg die kleinen missgeburten hier kommen 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 jetzt kurz vor er auf dem dach auf dem dach halt dagegen scheiß auf dem dach kommt in den berg runter auf dem berg 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 kommt mit mir ich bin weiße Hose jungs kommt kommt ich sehe nix geht hoch geht hoch geht hoch geht hoch der berg auf dem berg der scheiße berg hoch geht er zusammen auf dem berg hoch alle zusammen auf dem berg hoch geht ich baue euch hier oben geht er hoch geht er hoch geht er hoch ich glaube ich höre sie wo ist sie denn doch 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 warte mal woher kommt das warte woher kommt die ist sie hier vielleicht schau mal vielleicht haben sie es auch gehört äh tatsächlich habe ich auch was gehört ja irgendwo müsste sie warte mal da kam das von hier oder ich glaube von hier siehst du irgendwo also vielleicht hinter dem Toastbrot hier oder so das ist nichts ist nicht schnell 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 ähm ich glaube es ist oh man bye bye unibund es ist vorbei du musst jetzt ja verinselt für ewig und immer bleiben die Trabani Sweater an Praterbeck ist black dicker ist doch kein Geheimnis dass sie wissen ich bin next willst du chippen nein ich pass dir nicht zeige kein Respekt will ich mehr dann mach ich schnell dick okay